Warum die Deutsche Meisterschaft vom Bayer Leverkusen ein Schlag ins Gesicht für Watzke und den BVB ist, das soll heute das heftige Thema sein, wo wir auch so ein bisschen den Finger in die eigene Wunde halten müssen. Vorneweg möchte ich aber auch ganz klar sagen, herzlichen Glückwunsch an alle Bayer Leverkusen Fans, an Bayer Leverkusen generell und ich denke, das ist auch somit die verdienteste Meisterschaft, die ich somit erlebt habe. Noch immer ungeschlagen, ich vermute, Bayer Leverkusen wird die erste Mannschaft sein, die es schafft, ungeschlagen zu bleiben. Also quasi in die Fußstapfen von Arsenal London tritt, die es ja mal in England schafften, komplett eine Saison ungeschlagen zu bleiben. Noch mit Jens Lehmann im Tor und auch dem legendären Henri, der dort die Tore schoss und ja, Bayer Leverkusen hat es jetzt auch in der Hand. Ich glaube auch, dass sie das Double holen werden, auch wenn ich dort für Lautern bin, die ja Underdog sind, denen ich das schon gönnen würde, auch den Pokal zu holen. Wir haben ja auch ein riesiges Fan-Aufkommen, Traditionsteam, aber ich glaube, Leverkusen wird es am Ende machen, machen wir uns nichts vor. Und ich glaube auch, dass auch international was geht und Bayer Leverkusen uns nicht nur national zeigt, wie es funktioniert, nein, auch international nach Eintracht Frankfurt auch mal zeigt, wie man die Euroleague zumindest gewinnen kann, wo wir auch mehrfach die Chance dazu hatten. Zuletzt unter Rose, wo wir kläglich gegen Glasgow Rangers ausgeschieden sind, die dann ins Finale kamen und dann ja gegen Eintracht Frankfurt verloren hatten. Also es wäre alles möglich gewesen mit unseren Möglichkeiten, mit unserem Potenzial, mit unserem Kader zumindest diesen Titel mal zu holen. Und auch einige Pokalsiege haben wir die letzten Jahre verschenkt. Und auch mindestens zwei deutsche Meisterschaften 2018 und 2023 wurde uns das quasi überreicht auf dem Tablett mehrfach. Und ich finde auch, nachdem Pep Guardiola bei Bayern weg war, gab es eigentlich jede Saison die Chance, auch Bayern mal zu ärgern. Und wenn man dann auch seine Spiele gewonnen hat und einfach durchgezogen hat, dann hat man auch eine gute Chance. Man sieht es ja jetzt auch bei Leverkusen, die einfach ihre Spiele immer gewinnen, mal auch mit ein bisschen Glück durchaus. Aber die haben gezeigt, dass man mit einem Kader, der nicht teurer sein muss als der vom BVB, mit Spielern, die auch von der Ablöse meist sogar günstiger waren als die Spieler, die wir so gekauft haben, plus einem Trainer, der eine Mannschaft übernommen hat, die überhaupt nicht funktioniert hatte, auf einem Abstiegsplatz bis hin zur ersten deutschen Meisterschaft führen kann. Und man muss ja auch sagen, Leverkusen, wenn man jetzt die letzten 20, 30 Jahre sich mal anguckt, hat es jetzt auch mal verdient. Ich erinnere nur an das Triple-Vizekosen-Jahr, wo sie auch gegen uns 2001, 2002, das waren noch schöne Zeiten, ja, nicht Meister wurden und einen Fünf-Punkte-Vorsprung, vier Spieltage vor Schluss noch verschenkten. Plus auch am Ende, ja, muss man ja auch ganz offen sagen, noch den Pokalsieg verschenken und, was man auch sagen muss, ja, sehr unglücklich dann auch im Finale gegen Real Madrid verloren haben. Also von daher alleine deshalb und auch wegen Unterhaching in den 90ern und Co. gab es genug Meisterschaften, wo ich sage, da war Leverkusen ganz knapp, ja, dran, beziehungsweise hatten eigentlich schon die Hand an der Schale und haben es dann irgendwie auch weggerissen bekommen. Und von daher haben die das jetzt auch als Verein verdient, auch wenn ich natürlich jetzt kein großer Fan von diesen ganzen Vereinen bin, die da irgendwelche Unternehmen im Hintergrund haben. Ob es jetzt der Bayer-Konzern ist oder Volkswagen bei Wolfsburg oder SAP bei Hoffenheim und Co., das sind alles für mich so Vereine, die mag ich nicht so mit ihren 30.000-Mann-Stadien. Aber gut, da können jetzt die Fans nichts für, die da auch mitgelitten haben und dem möchte ich jetzt auch nicht die Meisterschaft da malig reden. Wie gesagt, hochverdient und zeigt uns auf, dass man mit weniger Geld als Bayern München durchaus auch Meister werden kann. Ja, Grüße an Joachim Watzke, der immer wieder mit dem Duckmausern auch gezeigt hat vor der Saison, Mensch, das schafft man doch sowieso nicht. Das hat man aus Leverkusen nie gehört und das hat man auch 2011 und 2012 von uns nie gehört. Man kann ja sagen, ey, die sind der Favorit, ja, aber wir versuchen unser Bestes und versuchen einfach, indem wir Spiele gewinnen und ja auch ein Momentum entwickeln auf dem Platz, dass wir auch mal enge Spiele für uns entscheiden, dann auch den Titel mal zu gewinnen. Und wir haben es ja 2011 und 2012 auch mit einem Kader und schlechteren Möglichkeiten finanziell auch geschafft, mit einem richtigen Trainer, der eine Spielidee hatte, der das dann auf den Platz gebracht hat und auch generell die richtigen Transfers zur richtigen Zeit, haben wir uns einen guten Kader aufgebaut, ein gutes Team zusammengestellt und ich denke, das wäre auch heutzutage möglich. Wie gesagt, ein Bonny-Face wurde uns im Winter angeboten. Wir haben uns dann für einen Füllkrug entschieden, der das gleiche kostet, aber wesentlich älter ist, plus nicht ansatzweise das kann, was ein Bonny-Face hat, ja, in Anlagen. Plus, dass wir natürlich auch einen Grimaldo nicht geholt haben, sondern Benzebaini, klar wollte Grimaldo anscheinend wirklich zu Alonso und zu Leverkusen. Ich glaube aber, dass wenn Borussia Dortmund dann wirklich auch mal frühzeitig sich gekümmert hätte, das vielleicht auch anders hätte aussehen können. Das ist zumindest meine Meinung. Naja, man sieht ja, wie sich dann Leverkusen dann punktuell gut verstärkt hat, plus dem Kader, der ja schon eigentlich auch ganz passabel war, den sie da auf dem Platz haben, weiter auch aufgebaut hat, indem man einen Trainer hatte, der eine Spielidee auf dem Platz gezaubert hat und dort im Training schon frühzeitig, nachdem er eine Mannschaft auf dem Abstiegsplatz übernommen hat, dann eine Rückrunde schon wieder nach oben führte, wieder in die internationalen Ränge und dann jetzt in einem Durchmarsch, den es so jetzt auch in der Bundesliga-Geschichte noch nicht gab, Meister wurde. Und jetzt schon auch einige Tage vor Saisonende, einige Spieltage vor Saisonende schon Meister ist jetzt. Und das zeigt uns doch auf, dass es durchaus möglich ist, mit einem richtigen Trainer, mit guten Transfers, die Sinn machen, sich einen Kader aufzubauen, der deutlich besser ist als der, der unsere und auch eine bessere Teamleistung gefeuert werden kann, durch einen richtigen Trainer, der ein Konzept hat. Und wie gesagt, mehr möchte ich hier auch gar nicht großartig sagen, aber es regt mich tierisch auf. Und nochmal auch für die Leute, die dann mal runterkommentieren, ja, dann sucht ihr einen anderen Verein und wie auch immer. Das ist das Dümmste, was ich so teilweise lesen muss. Versteht eins. Ihr seht, ich habe jetzt hier ein bisschen Geld für so einen Cap ausgegeben. Ich fahre jetzt sogar auch ab und zu von Berlin nach Dortmund und gucke mir ein, zwei, drei Mal im Jahr ein Spiel dort vor Ort an. Ich zahle enorm viel Pay-TV-Gebühren seit fast 30 Jahren. Dann, früher waren es noch meine Eltern, jetzt zahle ich das selber. Ja, dann kaufe ich mir mal hier und da ein Trikot. Ich gebe ein Vermögen aus für hier ein unterschriebenes, signiertes Trikot von der Pokalsiegermannschaft, ja, von Halland. Und Co. unterschrieben, kaufe mir einen Rahmen und gebe da auch eine hohe dreistellige Summe für aus, um mir mein Zimmer hier so ein bisschen aufzuschmücken. Und, 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 ja, also ich würde den Verein auch supporten, wenn er in der Regionalliga spielen würde. Ich würde dann zwar auch sagen, ey, die sind doch zum Scheißen zu dürfen, aber ich würde es mir trotzdem angucken, weil ich den Verein liebe, genauso wie ihr ihn liebt. Nur bin ich nicht gewillt bei einem Verein, der so ein großes Potenzial hat, das zweit, nee, das größte Stadion in Deutschland, ja, die zweitmeisten Fans, so rum, plus auch generell in Europa Platz zwölf zu sein in den letzten zehn Jahren. Da muss man doch auch mal ein bisschen, ja, mehr zeigen und auch wirklich mal das Engagement haben als Verein, auch zu sagen, okay, wir gehen jetzt den nächsten Step. Ja, wir holen jetzt wirklich mal ein paar Leute ins Team. Wir holen einen guten Trainer, der jetzt nicht nur Fan ist, sondern wirklich auch trainertechnisch ein bisschen mehr zeigt als den Durchschnitt. Die Ergebnisse stimmen ja jetzt zuletzt auch. Aber wie gesagt, spielerisch ist das alles nicht das Gelbe vom Ei und ich glaube, da wäre deutlich mehr drin mit einem Trainer, der vielleicht dann doch irgendwie ein bisschen mehr taktisch drauf hat. Na gut, auch ein Rose und Co. sind gescheitert. Wir haben viele Meisterschaften liegen lassen. Ich bin, wie gesagt, Fan vom Verein, aber nicht vom Trainerteam, nicht von der Vereinsführung und schon gar nicht von einem großen Teil des Teams, die mich seit Jahren immer wieder enttäuscht haben. Manche Spieler sind auch schon wieder weg, manche sind noch da. Sicherlich gibt es einzelne Spieler, die sind Ikonen des Vereins, wie Hummels zum Beispiel oder auch Leute, die jetzt relativ neu noch im Verein sind, wie ein Kobel oder auch ein Sancho, die ich sehr gern habe und liebe und supporte. Aber es sind auch viele dabei, wo man sagt, Mensch, das ist immer dann irgendwie auch so bezeichnend. Ich bin auch durchaus einem Marco Reus dankbar, dass der immer in unserem Verein geblieben ist. Aber es endet alles irgendwie so typisch für seine Karriere. Sehr bitter, wenn das jetzt nicht zur Verlängerung kommt und es so unrühmlich zu Ende geht, dann ist das doch irgendwie auch bezeichnend. Ich finde es vom Verein scheiße, weil der in einer Situation bei uns geblieben ist, wo wir auf dem Abstiegsplatz waren und da hat er verlängert und ein Zeichen für den BVB gesetzt. Und der hätte dort zu der Zeit zumindest noch zu Top-Vereinen wechseln können. Er hat sich dagegen entschieden. Man muss bei Marco Reus aber auch immer sagen, dass er 2018 enorm versagt hat bei der Meisterschaft. Der hätte man durchaus mehr holen können. Wir hatten zehn Punkte Vorsprung. Auch letztes Jahr hätte ich dann zum Ende ein wenig mehr Capitano mir gewünscht. Plus, dass ich mir natürlich auch gewünscht hätte, dass er im letzten Jahr auch, nee, im vorletzten Jahr war das, da war ja Halland noch bei uns, auch auf die Frage vom Moderator, wie es denn mit der Euroleague jetzt aussieht gegen Klaas Garangers und er dann sagt, ja, da gibt es einen anderen Pokal auch zu gewinnen. Ja, sorry, dann hat man einfach nicht die Eier, auch mal so einen Titel zu holen. Ich finde, das hätte sich ganz schön gelesen, wenn er zwei Meisterschaften, den Supercup-Sieg, wenigstens eine Meisterschaft und den Euroleague-Titel geholt hätte, dann wäre das doch eine super Karriere gewesen. Dann hätte man sagen können, ey, der hat einen großen Titel international mit Dortmund noch geholt, der uns auch noch fehlt. Das ist der einzige Titel, der uns noch fehlt im Übrigen. Da bin ich ganz heiß schon seit Jahren drauf. Seit der Niederlage 2002 gegen Vier Nord, da trauere ich diesem Pokal hinterher. Aber das ist der einzige Pokal, der uns noch fehlt, der auch mal wichtig wäre, mal wieder so einen internationalen Titel zu holen, weil die Champions League ja nun wirklich sehr unwahrscheinlich für uns geworden ist in den letzten Jahren. Und national hat man auch so viel liegen lassen. Und statt dass er jetzt so zwei, drei Titel, die möglich gewesen wären, geholt hat, hat er es auch nicht geholt. Und das hätte ich von Marco Reus als Top-Spieler, als Kapitän auch immer erwartet. Von vielen anderen Spielern auch. Und was ich damit sagen will, ich wurde so oft gebrochen und enttäuscht von diesem Team, dass ich natürlich kein großartiger Fan von diesem Team bin, auch letztes Jahr haben wir ja komplett in die Scheiße gegriffen. Also am letzten Spieltag, das dann noch zu vergeigen, gegen Mainz 05, die vorher keine Sonne gesehen haben, das muss man auch erst mal hinbekommen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da sind so viele Sachen schiefgelaufen, in der Mannschaft, bei den Transfers, in der Vereinsführung, als auch bei den Trainern. Da mache ich nicht nur Terzic, da war auch ein Rose schlecht, ein Favre war auch ganz zum Schluss katastrophal, den konnte man auch nicht mehr hören. Und wie gesagt, da stimmt irgendwie insgesamt was nicht. Das ist ein Schlag ins Gesicht für den kompletten Verein. Und das war mir hier nochmal wichtig, mit euch zu besprechen. Mehr soll es tatsächlich auch gar nicht gewesen sein. Bin jetzt mal gespannt, wie wir jetzt gegen Atletico spielen am Dienstag. Da wird es dann wieder ein kleines Video zu geben, eine Analyse. Und vielleicht gibt es auch vorher noch ein Video. Mal schauen, das soll jetzt erst mal so mein erster Gedankengang zu der Meisterschaft von Bayer Leverkusen sein. Wie gesagt, hochverdient gewonnen. Glückwunsch nochmal. Und ja, es tut irgendwie weh, wie viel man da als Verein liegen lässt. Und wie gesagt, ich bin Fan von dem Verein zum Schluss, aber nicht Fan von diesem ganzen Drumherum und diesen ganzen Fehlern. Wenn man so viel Potenzial hat, dann will ich auch, dass man das nutzt. Zumindest hier und da. Dass man nicht wie Bayern München zehn Jahre hintereinander Meister wird. Ist mir auch vollkommen klar. Aber auch das sollte theoretisch eigentlich der Anspruch sein. Aber macht man nicht. Und deswegen ist man dort, wo man ist. Und dieses Duckmausern und diese Grundeinstellung, dass das ja auch alles so in Ordnung ist, wenn man Dritter wird oder Vierter, ist halt auch alles irgendwie, gefällt mir persönlich nicht so. Das hat es für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.